Moin Seekräuter und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns in diesem Video um ein neues U-Boot kümmern und zwar um die Tsing Tsong Gu 14. Ein neues T6 U-Boot für die panasiatische Nation. Ich bin im Gefecht gedreht und nebenbei erzähle ich euch ein bisschen was zum U-Boot und ein bisschen was zu dem Gefecht, warum ich manche Sachen mache und wie ich sie mache und danach habt ihr so ein bisschen einen Eindruck. Und vielleicht auch ein Bild, den ich euch jetzt schon an der Seite einblende mit den Modulen, mit den Signalflaggen und dem Kapitänsbild. Ich habe mich da auch ein bisschen beratschlagen lassen vom lieben Alex aka Kumusu. Kennt ihr ja, ist ein begeisterter U-Boot-Fahrer, der sich damit sehr gut auskennt neben den CVs und er hat mir da so ein bisschen ein paar Tipps gegeben, die ich mal ausprobieren sollte. Und ich muss sagen, er hat da mir wirklich gut geholfen. Zur Geschichte ganz kurz erwähnt, es ist ein S-Klasse U-Boot der Sowjetunion, die 48 in Dienst gestellt wurde. 55 wurde sie zusammen mit drei Schwestern nach China verkauft und dort bis 63 noch im Dienst gewesen. Und ja, jetzt haben wir eben die Interpretation von Wargaming im panasiatischen Nationsbereich hier am Start. Wie gesagt, ein Premium-U-Boot können wir aktuell aus den Geburtstagskisten, dieser kleinen grünen Kiste bekommen und in Zukunft aus dem Mitherbstfest und zwar aus einem von 30 aufeinanderfolgenden Paketen. Jedes Paket kostet 500 Dublonen oder dann auch noch im Direktkauf im Premium-Store. Also habt ihr da auf jeden Fall die Auswahl, wenn euch U-Boote interessieren. Und für diejenigen, die U-Boote nicht so interessiert, ist die Runde trotzdem interessant, denn wir seht da auch, was halt die deutlichen Schwächen dieses U-Boots sind. Eine ganz große Stärke, gleich am Anfang hier schon mal erwähnt, ihr seht, wie schnell wir sind. Mit 32,2 Knoten sind wir so schnell wie kein anderes U-Boot auf der Stufe 6. Auch eher Periskoptiefe bewegen wir uns so schnell durchs Wasser und mein Ansinn ist jetzt hier erstmal in den C-Cap zu kommen. Ich habe nämlich gleich am Anfang des Gefechts geguckt, ey, Omaha, Hydro, Königsberg, Hydro, Icarus, Hydro. Wo sind die? Icarus bei A, Königsberg bei D, Omaha fährt in Richtung A, also habe ich hier freie Bahn und habe mich gleich in diese Richtung dann losbewegt. Ja, was kann man sonst noch sagen? Wir haben hier, ihr seht es, 11.500 Trefferpunkte sind damit gleich auf mit der U-69 in Summe Platz 2, Platz 3 der U-Boote. Vier U-Boote gibt es auf T6, also ja, ich würde sagen, den klassisch im Mittelfeld dann aufgebaut. Dann geht es schon weiter. Ein wesentlicher Punkt bei U-Booten ist natürlich die Erkennbarkeit. Und das wiederum ist eine Schwäche, die wir bei dem U-Boot sofort haben. Mit 6,4 Kilometer sind wir 40 Meter weiter erkennbar als die Cachalot, ein US-U-Boot aus dem Forschungsbaum. Denn dieses U-Boot geht 6,36 Kilometer auf. Wir eben mit 6,4 Kilometer glatt müssen wir noch sensibler sein als mit amerikanischen U-Booten an der Stelle. Ja, aber die Geschwindigkeit ist eben der große Bonus, den habe ich hier euch ja gerade schon gesagt. Und was wir ja auch sehr gut haben, habt ihr jetzt auch schon gesehen, ich habe ja schon leicht die Steuerkurse geändert. Ruder-Stellzeit nur 5,2 Sekunden ungeskillt, da sind Vanilla-Werte, die ich euch da nenne. Das ist auch ein ziemlich guter Wert, denn die U-69 hat auch 5,2, aber die Cachalot 6,2, die Andin 5,9 ist im Rahmen der U-Boot-Platzierung auf jeden Fall kein schlechter Platz. Dann geht es noch weiter mit dem Wendekreisradius. Auch immer für die Flexibilität der U-Boote ein entscheidender Punkt. 430 Meter ist natürlich ein höherer Wert. Die Andin 320, die U-69 370, Cachalot und wir beide sind dann, also die beiden Cachalot und Tsong-Goo sind dann mit 430 Meter angegeben. Okay, kurzer Exkurs durch die Grundwerte bei diesem U-Boot. Wir sind jetzt hier schon mitten am Käppen. Ich habe die König für mich so ein bisschen auserkoren als erstes Ziel. Die Tiefwassertorpedos sind unterwegs. Und da macht es bei euch vielleicht Pling. Ja, das ist das erste U-Boot auf der Stufe 6, wo wir Torpedos wählen können. Ihr seht, wir haben einmal lenkbare Torpedos mit 9 Kilometer Reichweite, einem sehr niedrigen Schaden, aber einer hohen Reisegeschwindigkeit von 75 Knoten durchs Wasser. Und dann haben wir noch die Auswahl mit den Tiefwassertorpedos, die sehr langsam durchs Wasser gehen oder relativ langsam durchs Wasser gehen, aber einen enorm hohen Schaden haben. Mit 14.600 sind wir so stark wie keine anderen Torpedos auf der Stufe 6. Aber wir treffen halt auch nicht alle Schiffe. Wir treffen Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger damit. Und darum geht es hier auch weiter fleißig auf die König rauf. Wenn wir also Zerstörer bekämpfen wollen, dann müssen wir wieder umladen auf die Homing-Torpedos, weil die können eben klassischerweise alle Schiffe mit bekämpfen. Und das sind schon mal so wesentliche Punkte. Die Tiefwassertorpedos, die hier auf die König zurollen, die haben übrigens auch die höchste Wassereinbrustwahrscheinlichkeit für U-Boot-Torpedos auf unserer Stufe, die wir hier haben. Nämlich 87%. Die meisten anderen U-Boote, also die alle anderen Torpedos der U-Boote, haben halt zwischen, was war das jetzt, 31 bis 24% oder so ähnlich, 23 bis 34%. Ja, so ist es richtig. Also da sind wir auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker mit diesem Formelwert hier aufgestellt. Die Torpedos, die Tiefwassertorpedos, die sind auch nur 0,8 Kilometer weit sichtbar. Und dementsprechend, wenn sie nicht vorher durch Hydra aufgemacht werden, ist da die Reaktionszeit bei 5 Sekunden nur, die der Gegner hat. Bei den Homing-Torpedos ist die Erkennbarkeit viel höher und dementsprechend können wir da auch viel, ja, sind die Oberflächenschiffe viel zeitiger gewarnt, um es mal so auszudrücken. Ja, dann haben wir hier, seht ihr auch, in der Mitte, die Taste 4, haben wir noch ein Hauptgeschütz dabei. Und da machen wir jetzt auch unsere geliebte Flutung. Die wurde jetzt direkt wieder repariert, schade, aber so spielt das Leben halt. Wobei, nee, die Flutung geht noch weiter, oder? Ja, die Flutung tickt noch. Das sah erst so aus, als ob sie repariert worden wäre. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Hauptgeschütz. Wir sind das einzige U-Boot auf T6, welches ein bewegliches Hauptgeschütz hat, welches wir selber steuern können. Also eine sehr, sehr coole Sache. Gerade dann im Duell gegen andere U-Boote. Wir gehen ja relativ weit auf mit den 6,4 Kilometer. Dementsprechend ist unser großes Problem, dass wir regelmäßig outspottet werden. Nicht nur von anderen U-Booten, sondern eben auch von anderen Zerstörern, die auf Tarnung geskilled sind oder einmal Consulment halt mitnehmen. Die gehen weniger weit auf als wir, wenn wir aufgetaucht sind. Ist ein klares Minus, weil wir damit natürlich auch immer leicht in so eine Falle reinkommen, dass, wenn dann der Gegner auch noch in der Nähe ist, viele Flieger zu uns kommen und so eine ganze Geschichte. Da müssen wir dann halt zusehen, dass wir unsere Geschwindigkeit nutzen, um den Wasserbomben davon zu fahren. Was man mit diesem U-Boot auf jeden Fall einigermaßen gut machen kann. Ich habe jetzt hier in dem Gefecht wieder eine Ausweichbewegung gemacht, weil eben die Oma direkt auf mich zulief. Und deswegen ist das so eine Sache, habe ich dann gesagt, okay, ich laufe mal vor der Oma so ein bisschen weg, auch wegen dem Hydro, was sie dabei hat. Und da geht es noch um die West Virginia Torpedos, aber die gehen, glaube ich, vorbei. Das konnte sie ganz gut dodgen, glaube ich, oder? Da ist noch ein Torpedo, der letzte Torpedo, der äußere, der ist tatsächlich noch angekommen. Und damit haben wir dann nochmal ein bisschen was an Schaden aufgebaut. Tauchen jetzt wieder auf, wenden uns ab. Und jetzt hatte ich die Entscheidung, fahren wir zur Ranger oder fahren wir zurück zum C-Cap. Ich habe mich dann eher für den C-Cap entschieden, weil wir da einfach die größere Anzahl an Schiffen haben. Und mit der Oma nur ein einziges Ziel, was am Ende uns relativ gut bekämpfen kann mit dem Hydro. Von daher bin ich dann einfach noch drauf zugefahren und habe versucht, da habe ich vielleicht ein bisschen zu früh getoppt, weil wir hier sehr an der Grenze sind mit den 9 Kilometer bei der West Virginia. Müssen wir mal gucken, die dreht jetzt raus. Das könnte knapp werden mit unserer Torpedoreichwerte, müssen wir mal schauen. Aber wir haben auf der rechten Seite noch die Prinz Eide Friedrich, die auf jeden Fall auf uns drauf fällt. Mal gucken, die König, die fackelt da hinten jetzt ab. Die haben wir ja ordentlich zugesetzt, ganz am Anfang des Gefechts. Und wir müssen jetzt am Ende uns ist Positioning sozusagen alles, beziehungsweise erstmal wieder gucken, dass wir ans Gefecht rankommen. Jetzt haben wir auch dieses Problem, oder was heißt Problem, dieses Thema. Wir sind jetzt über 30 Knoten schnell. Und ich gucke jetzt gerade, wie die Torpedos so laufen. Sehe oben, oh kack, wir haben diese Warnung, dass wir erkannt werden können. Das ist nämlich die U69, die U-Boot-Überwachung hier am Start hat. Und im Eifer dieses Erschreckens, dass die U-Boot-Überwachung aktiv ist und ich wieder vom Tauchen auf Auftauchen schalten musste, bin ich ganz kurz in die Erkennbarkeit der West Virginia reingefahren und in meine eigene Erkennbarkeit. Und dadurch, ja, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber ich glaube, wir kommen hier wieder davon. Fahren mit Höchstgeschwindigkeit von der alten Position weg. Und die Wasserbombe konnte mir nichts. Dementsprechend bin ich hier weiter safe und konnte mich hier ein bisschen retten. Okay, heißt also, die U69 ist hier in der Nähe auf jeden Fall mal unterwegs. Da müssen wir also ein bisschen vorbereitet sein. Unsere Torpedos sind auf der West Virginia leider ausgelaufen. Die West Virginia 44 ist das Jahr. Nicht 41, habe ich wohl, glaube ich, falsch gesagt. Aber wir können noch mal gucken, ob das U-Boot wirklich hier ist oder ob wir es sehen können. Sagen wir mal so. Denn unsere U-Boot-Überwachung, die beträgt nur sechs Kilometer. Unser Gegner-U-Boot ist aber eine U69, die bekanntlich neun Kilometer U-Boot-Überwachung hat. Und dementsprechend tue ich mich halt jetzt schwer, dieses U-Boot zu finden. Ähm, von daher, ja, ein bisschen problematisch. Ich drehe dann wieder raus und orientiere mich dann doch wieder in Richtung C. Weil das U-Boot auf jeden Fall mal nicht so nah dran ist, dass ich jetzt vernünftig gleich bekämpfen kann. Ähm, und wir können hier nochmal weiter durchgehen. Ihr habt es ja am Anfang gesehen bei meinem Schiffsbild. Da habt ihr gesehen, dass ich in Slot 1 die Schadensbegrenzungssystemverlängerung oder Schadensbegrenzungsteamverlängerung damit eingebaut hatte. Wir sehen jetzt, die U69 ist da vorne schon in Richtung B-Cap unterwegs. Ja, also habe ich jetzt hier auch meine Bewegungsfreiheit, um es mal so auszudrücken. Ähm, das sorgt dafür, dass mein Schadensbegrenzungsteam halt sehr lange arbeiten kann. Nämlich 22,1 Sekunden, was ein ziemlich cooler Wert ist. Gerade dann, wenn man mal unter Wasserbomben, Angriffen leidet und so weiter, kann man damit auf jeden Fall einen Teil, ähm, ja, damit verkraften. Dass man nicht gleich wieder Wassereinbrüche oder Feuer bekommt und so eine Sachen. Als zweites Verbrauchsmaterial haben wir hier Hydrofon dabei. Äh, das deckt die Schiffsposition auf, 6 Sekunden lang, aber halt nur in dem Moment, wo man das Hydrofon zieht, ist das so. Äh, U-Boot-Überwachung habt ihr gesehen mit den 6 Kilometern. Lange, äh, Vorbereitungszeit, so wie wir das schon kennen. Ähm, aber dann alle 87,2 Sekunden parat. Und dann haben wir eine Reservebatterieeinheit. Die kennen wir normalerweise nur von den deutschen U-Booten. Hier aber durchaus eine hilfreiche Geschichte, gerade wenn es mal knapp wird. Wir haben jetzt hier geskillt, ähm, und kommen halt auf 3 Minuten 40 in der Variante. Ähm, und, ja, äh, ich hab jetzt hier, ich glaube, gar nicht so viel in der Batteriekapazität reingesteckt, sondern eher auf die Aufladung, äh, gearbeitet. Wurde jetzt gerade von einem Flugzeug übrigens aufgeklärt. Bin dann natürlich sofort wieder auf Tauchfahrt gegangen. Ähm, und... Gucke gerade mal, ob noch ein Torpedo trifft, äh, bei der Prinz-Elle Friedrich. Ist das leider nicht der Fall, glaube ich. Oder? Äh, die gehen vorbei, würde ich sagen, wenn ich mir die Minimap-Position so angucke. Ja, ähm, dementsprechend müssen wir uns da wieder auf eine andere Art und Weise ranarbeiten. Tauchen jetzt auf, Periskoptiefe. Und, äh, wir machen das, was ein U-Boot üblicherweise macht. Wir schmeißen unsere Torpedos raus, unsere Pink-Torpedos diesmal. Und setzen uns in Bewegung. Ich setze jetzt den Kurs quer ab zu dem gegnerischen Ziel, weil der natürlich klassischerweise eher in meine Richtung die Wasserbomben reinwirft. Versuche jetzt doppelt zu pingen. Das gelingt mir, gleich beim ersten Versuch. Und da sind die vier Tiefwassertorpedos, äh, vier Wasser, äh, Flachwassertorpedos unterwegs. Und, ähm, schlagen dementsprechend ein. Sind dann 11.000 Schaden. Also, äh, von daher ganz okay. Aber mit allen anderen Flachwassertorpedos, so nenne ich sie jetzt einfach mal, wäre der Schaden deutlich höher gewesen. Ja, muss man sagen. Wir haben ja eben nur 4.600 auf dem Torpedo drauf. Ne, die anderen Nationen, also zum Beispiel die U69 und auch die Cachalot, respektive die Andeen, die haben 7.833, 7.533 und 6.533 Alpha-Damage. Dementsprechend sind wir hier deutlich. Also, mindestens mal 2, äh, ja, 2.000 Punkte im Alpha-Damage bei den Torpedos, äh, hinter dem, äh, was wir bei anderen Nationen haben. Okay. Also, Reservebatterieeinheit, da war ich zuletzt stehen geblieben bei den Verbrauchsmaterialien. Ist was Besonderes, kann man gut nutzen, alles fein, alles gut. Ich bin jetzt hier im Cap und überlege noch, ob ich aus der Verlegenheit heraus noch irgendwas machen will. Hing da nochmal, ist jetzt nicht so clever, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hätte ich irgendwie besser lösen können, besser lösen sollen. Äh, auf jeden Fall mal in Bewegung bleiben. Halbe Kraft, damit ich nicht zu nah auffahre. Weil ich ja schon relativ nah an der Erkennbarkeit bin. 300 Meter, dann würde mich die West Virginia 44 schon aufmachen. Und aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen pinge ich jetzt weiter. Das ist eigentlich eine dumme Sache, die ich hier mache. Äh, muss ich ganz klar sagen. Ich hab jetzt vielleicht die Hoffnung, dass die West Virginia zum B-Cap fährt. Aber durch die Pings, weil ich ein bisschen zu zeitig auch gepingt hab, denke ich, sorge ich jetzt eher dafür, dass sie eben hinter die Insel abbiegt. Und meine Torpedos lenken auch gleich in die Richtung. Das war jetzt halt nicht clever. Ihr könntet eigentlich erst so machen müssen, dass die Torpedos auf dem halben Weg zu B sind und erst dann pingen. Das wäre cleverer gewesen. Man merkt hier, dass ich so ein bisschen auch, ähm, nicht die allergrößte U-Boot-Erfahrung habe, um es so auszudrücken. Ähm, darum gehen die Torpedos jetzt halt auch in den Berg rein. Ja, ist jetzt halt so der Fall. Aber wir haben den C-Cap zurückgeholt, die New York holt den A-Cap. Und dann haben wir das, äh, Gefecht hier auch, äh, gleich relativ deutlich dann auch für uns entschieden. Ich glaube, dass der frühe Push auf den C-Cap auf jeden Fall den Gegner deutlich verunsichert hat. Das hat auf jeden Fall, äh, gut dazu beigetragen, dass wir das Gefecht hier für uns entschieden haben. Ähm, ich möchte ganz kurz noch mal zum Pro und Contra kommen. Also, ganz großes Pro. Meiner Meinung nach die Oberflächengeschwindigkeit, aber auch die Tauchgeschwindigkeit mit, äh, 15 Knoten. Muss ich nicht verstecken. Damit sind wir nur ein Knoten langsamer als der Platzhirsch auf der Stufe 6. Torpedoauswahl. Tiefwassertorpedos, lenkbarer Torpedos. Eine tolle Sache, das einzige U-Boot auf T6, was das hat. Dann die, ähm, die Torpedonachladedauer. Mit nur 40 Sekunden haben wir die kürzeste Torpedonachladedauer. Allerdings haben wir nur zwei Ladehelfer vorne, ein Ladehelfer hinten. Also, wir können nicht alle Rohre parallel nachladen. Der kurze Ruderstellzeit haben wir noch und eine nutzbare Hauptbatterie, die uns gerade in T6-Gefechten auch immer wieder hilft im Duell gegen andere U-Boote. Jetzt als Beispiel. Nachteilig ist ganz klar die schwache Erkennbarkeit. Also, wir sind relativ schnell outspotted. Auch bei Gegnern von Gegner und Zerstörern. Äh, was ein ganz großes Thema ist. Das ist eine ganz große Gefahr. Müssen wir echt, äh, uns gut dran gewöhnen. Äh, dann gibt's, äh, den ganz, den relativ großen Wendekreis. Ähm, dann, äh, haben wir eine langsame Laderate bei den Batterien. Ist definitiv auch ein Nachteil. Und, äh, wir haben, äh, einen sehr schwachen, lenkbaren Torpedo. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein ganz klares Kontra. Bevor ich jetzt auf das Gefecht eingehe, gibt es mein kleines Fazit. Meiner Meinung nach für U-Boot-Freunde, ein interessantes Spielzeug, weil es doch ein paar Sachen anders macht, als das, was auf T6 bereits existiert. Ähm, und es hat deutliche Stärken und deutliche Schwächen. Also in dem Sinne, ich denke schon, dass man das auch einigermaßen gut kontern kann. Äh, gerade eben durch die hohe Erkennbarkeit. Und das war eben nicht so ewig lange getaucht eben unterwegs sein können. Ja, und damit sind wir am Ende des Gefechts hier angekommen. Acht Torpedotreffer, einen Fladding-Ausfall, zweimal erobert, mehrere Pings gemacht. Und, äh, damit haben wir dann Platz 3 bei den U-Booten belegt, beziehungsweise bei den Schiffen belegt. Die Nikolas und die Bliska, die haben einen richtigen guten Job gemacht. Ich habe leider kein Schiff versenken können, darum bin ich bei den Base XP in Anführungsstrichen nur Platz 3. Wir wissen ja, dass die EP bei den U-Booten, naja, manchmal schon sehr zugunsten der U-Boote ist. Auf der anderen Seite haben sie halt auch nicht viele Möglichkeiten, im Gefecht teilzunehmen. Die haben halt nur diese Torpedos. Mit den Hauptgeschützen schießt man dann doch, ja, relativ wenig, gerade, äh, weil man eben auch so wenig Trefferpunkte hat, sehr verwundbar ist für HE-Beschuss und solche ganzen Geschichten. Gucken wir uns den ausführlichen Bericht hier nochmal an. Hier seht ihr den Schaden, 35.000, äh, mit drei Tiefwassertorpedos auf der König, äh, mit der Prinz Alte Friedrich, das waren die vier lenkbaren Torpedos, äh, die wir da hatten. Und, äh, ich glaube, ein Tiefwassertorpedobar war bei der West Virginia 44 mit dabei. Sehen wir jetzt hier auch genau, ein Torpedo. Hier sind es dann drei Torpedos gewesen. Ein bisschen Flooding war noch am Start, 6.500 bei der, äh, König da mit Flooding gemacht. Ja, und hier sehen wir, das Gefecht hat 16 Minuten 15 gedauert. Das ist natürlich dann für uns als U-Boot auch ganz gut, weil wir dann noch ein bisschen was machen können. Und wir haben gut die Hälfte der Eroberungspunkte dieses Gefechts hier geholt. Das ist immer eine nette Sache, dass man als U-Boot dann eben mitmachen kann. Ja, das war's eigentlich, was ich euch zur Zinkzong GU14 sagen kann. Wie gesagt, das U-Boot wird im Rahmen des Herbst-Events im Update 13.8 nochmal verfügbar sein. Also nicht nur in dieser Geburtstagskiste drin sein. Und ich hoffe jetzt, dass euch diese kleine Video im Schnelldurchgang zum U-Boot ein bisschen gefallen hat. Wenn's so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und, äh, gerne weiterempfehlen. Danke an unsere Kanalmitglieder und ich freue mich auf euch im nächsten Video oder die nächsten Livestreams immer dienstags, Mittwoch, Samstag, 20 Uhr bei Twitch oder bei YouTube. Bis dahin, euer Siekrautsteam, euer Andi. Ciao, ciao.